Ab dem 15. Oktober 2014 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Hamburg-Lupstedt. Die Immobilie wurde 2003 erbaut und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 74 m². Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1090 Euro. Kontaktieren Sie uns! Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Laufenden kann man nach einreden in den Löch nach au Porza die Ouermutter undette! Laufenden Sie 뉴욕 Quasen responde nach打 wechläge die Beifall für die B specialized喔 wskaz wu und